echt nötig. Allerdings, das haben wir uns wohl alle verdient. Weißt du was, Melanie? Du wirkst auf mich wie eine Frau, die es wirklich geschafft hat. Wie hast du das gemacht? Na, ich hatte einfach ein festes Ziel vor Augen und das habe ich konsequent verfolgt. Public Relations? Nein, einfach nur Erfolg. Es war mir ganz egal, auf welchem Gebiet. Aber Public Relations fällt mir halt am leichtesten. Und berühmte Leute faszinieren mich. Aber egal, wie viel Zeit ich mit ihnen verbringe, weißt du? Ich fühle mich immer noch irgendwie wie die Unschuld vom Lande. Melanie, du hast doch eine ganze Menge Erfahrung. Jetzt sei bitte ehrlich zu mir. Habe ich die Möglichkeit, Karriere zu machen? Weißt du, Cassie, seit deine Platte raus ist, hoffen wir alle das Beste für dich. Alle außer Athea. Im Moment bist du allen anderen ein bisschen voraus. Deine Single klettert die Charts langsam aber sicher rauf. Und wenn du Glück hast, kommst du in die Top Ten. Fürs erste Mal ist das doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Meinst du, ich hätte eine Chance, die Nummer Eins zu wählen? Ach, man sollte viel bewusster Kaffee trinken und mal daran denken, was es heißt, Kaffee so sorgfältig zu rösten. In jeder Kaffeebohne entfalten sich bis zu 2000 Aromastoffe. Da kann man einen Melitta-Kaffee nicht einfach so gedankenlos hinunterstürzen. Hoppala. Wenn das passiert, heißt das bei uns, morgen gibt's Post. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Wenn ich nicht gerade fliege, fahre ich den sportlichen Kadett Edition. Da bin ich immer unter freien Händen. Der Opel Kadett Edition. Besonders und sportlich. Dove? Chi? Dimmi la verità. Ah. Il Zugo Miracoli. Authentisch italienisch. Pastasaucen vom Miracoli. Ah, super, sturmfreie Bude. Komm. Meine Eltern kommen schon heute. Was? Wie kriegen wir das schnell wieder sauber? Mit dem neuen Meister Proper. Der bringt Glanz ohne Nachwischen. Für den neuen Properglanz Spart man nachwischen fast ganz. Meister Proper, ja, der kann's. Ohne Nachwischen viel Glanz. Der neue Meister Proper. Glanz ohne Nachwischen. Was macht eigentlich deine neue Freundin? Wirst du ja gleich sehen. Naja, nach so vielen Zwiebeln. Ich meine, dein Atem. Genießen Sie deshalb nach dem Essen Double Mint. Mit doppelter Minze. Doppelt frisch. Für natürlich frischen Atem. Double Mint. Für natürlich frischen Atem. Für Leute mit empfindlicher Haut. Mumm-Aktiv-Deo-Roller sind dermatologisch getestet. Man nehme Rotweincreme mit Sahnehäubchen. Exklusiv von Dr. Oetker. In fünf Minuten? Ich freue mich. Wer die kleinen Überraschungen des Lebens genießen will, braucht einen schnellen Gebissreiniger. Das neue Blender Dent Express bekämpft Flecken und Bakterien gründlich und schnell. Einzigartige Reinigungsgranulate wirken rasch. In fünf Minuten. Alles bakterientief rein. Blender Dent Express. Bakterien rein. In Expresszeit. Oh, Svita. Mutti, ich habe ganz viele Kräuter. So, lass mich mal sehen. Also das hier ist wie immer Meise. Oh, warte mal. Ich habe auch Kräuter. Ein Hustenbonbon? Wirkt Natur mit. Hm. Gut. Mhm. Und mit Bienenhonig. Schau, hier eine Biene, da eine Biene. Was du nicht sagst. Neu. WIC Naturmild Kräuterhustenbonbons. Die schmecken auch ohne Husten. Aus dem traditionsreichen Hause Dallmeier in München kommt ein aromareicher, spezial veredelter Kaffee, der unverwechselbar ist im Duft. Dallmeier Prodomo. Eine Spitzenmischung aus feinsten Hochlandgewächsen, weitgehend von Reizstoffen befreit. Ein Genusserlebnis. Dallmeier Prodomo. Vollendet veredelter Spitzencafé. Wenn jetzt dein Herz dir sagt, komm doch nach Haus. Das Beste vom Balsen wartet auf dich. Denn du vergisst nie, da gibt es Balsen. Das ist das gute Gefühl. Mit Balsen zu Hause. Alles, was das Herz begeht. Entwickelt auf einem der größten Computer. Der Opel Vectra 2000. Sein 16V-Motor, sein intelligentes Fahrwerk mit serienmäßigem ABS und sein elektronisch gesteuertes Allradsystem machen ihn zum Vectra der Vectras. Besonders auf etwas nasseren Strecken. Der Opel Vectra. Technik, die begeistert. Hallo. Du, äh, hallo. Du kochst? Aber du wolltest später. Schapsuit, selbst gemacht? Ja, mit Knorr-Kreation und frischem Fleisch. Mh, schmeckt man. Enthält Gemüse, Pilze, Sojasauce. Sogar Reis. Knorr-Kreation. Hi. Hallo. Komm rein. Für zwei Portionen. Essen mit Lust und Liebe. Besonders wichtig für dich ist die Tommy Harper Show. Harper ist ein seltsamer Typ, aber er genießt ein hohes Ansehen bei den Leuten, auf die es ankommt. Wenn er ein Stück oft spielt, dann hast du so gut wie gewonnen. Ach, ich würde alles dafür tun, um die Nummer eins zu werden. Glaubst du wirklich, ich habe gute Chancen? Mehr als gute. Du siehst gut aus, du hast Stimme und vor allen Dingen hast du Köpfchen. Du bist nicht so wie die Flittchen, die ich sonst immer verhätscheln musste. Du weißt, was du willst und wenn du es verstehst, deine Talente richtig einzusetzen, steht deinem Erfolg nichts im Wege. Du weißt, was du willst. 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 Du weißt, was du willst.